So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück mit dem nächsten Infovideo. Ich habe ja gesagt, gestern durch meinen kleinen Arbeitsunfall konnte ich das Video halt doch nicht hochladen. Ich war mir einfach ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt. Aber natürlich will ich euch nicht verraten, nicht verraten, nicht verraten, wie ihr das Spray bekommen könnt von dem neuen Summer Event, was genau heute noch starten wird. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Nämlich, ihr müsst dafür wieder auf die berühmte Readom-Seite gehen. Ihr gebt einfach bei Google Fortnite Readom ein, aber ich tue den Link hier auch noch, beziehungsweise hier der Link, wo die Seite ist. Den kopiere ich euch unten nochmal in die Kommentare, nicht in die Kommentare, in die Videobeschreibung und natürlich auch den Code, den ihr eingeben müsst. Das ist nämlich 8Z35X und so weiter. Dann geht ihr hier einfach hin, einfach einlösen, Squeezy Live aktivieren. Jetzt steht hier erfolgreich. Dann gehen wir auch direkt wieder zurück ins Spiel und was sehen wir? Zack, da ist das Spray auch schon da. Also, ist eine ganz einfache Geschichte. Ihr geht einfach auf die Internetseite, gebt den Code ein, guckt, dass ihr euch eingeloggt habt mit eurem Namen. Und so schnell bekommt ihr euer Spray-Motiv. Ob man es braucht oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Aber für umsonst, warum sollte man sich das nicht mitholen? Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch einen schönen Dienstag. Mal gucken, was wir heute alles so erwarten können mit dem Summer-Event. Und in dem Sinne, haut herein!